Also ich habe hier meinem Akku, im Handy-Akku nur noch 15 Prozent. Ich hoffe, ich rühre hier noch eine Minute hin. Hier stehe ich in der Waldschmidtstraße. Ja, alles schön hier. Also es rollt. Himmel. Klar. Bäume sind grün. Und hier sehe ich Leim. Download, App Store. 100 Prozent hat der Akku. Um Alu anscheinend 100 Prozent. Ja, das ist gut. 0,52. Halt, hätten die die Gelenks hinstellen können. Das sieht natürlich hier ein bisschen schmälernd. Gut. Alles klar. Danke mich für die Aufmerksamkeit. Akku hat noch gehalten. So.